Das war lustig, oder? What the fuck, Riot! Das ist immer so ein Dreckspiel. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Ja, Bekehling. Wie war ich zu einem Kollegen? Ja, das Ding ist jetzt weg hier. Nein, der hat mich! Push in pee! Alter. Alter. Ich geh glaube ich sogar wirklich Swifties, weil ich mach mir Schaden, wenn ich schneller bin. Das ist... I don't fucking know, Junge. Äh, mit der E. Heimatdinger Schoko und die Doppel... ...Plays-Buddle. Doppelspawner, Junge. Und der Heimatdinger Triple Flash. Oh mein Gott. Mann, da ist ne Puppe, Junge! Voll der Upfuck! Ah! Da war ja was. Ich muss das Früchchen holen. Ja, er ist wieder rüberge-queued, äh, Shaco. Ähm, gleich wieder, Ding. Dick. Okay. Platz. Dachte sich auch. Wo ist er gestorben? Erst hinten gestorben? Wollt ihr zum Portal? Ich hab keine Ahnung. Ich dachte, der Flash ist dreimal, kommt wieder zurück oder so. Oh, Brother. Oh, Junge! Hey! Und zwei Random Dragon Souls. Weißt du was, Alter? Komm schon. Ender. Wo war das überall? Na gut. Ich hab, äh, ein paar Problemchen. Also, was soll wir tun, Junge? Was ist da also ein Healing? Ja, komm, Alter! Warum bist du so fucking fast? Ja, natürlich. Er kriegt Move and Speed nach seiner Ehe. Ich hab schon so zweitmal in dieser Runde den Kack auf mich geplockt. Ach, Digga. Oh, Mann, Alter. Boah, wir sind echt nutzlos. Was? Nee, Digga. Also legit, Junge. Ist es nur Müll? Juice for free? Ich hab grad alle Früchte genommen mit meiner verstärkten, äh... Oh! Ich hab's gut. Ich irgendwie auch nicht. Also... Oh, ich hab's Gefühl, wir spielen die ganze Zeit so scheiße. Wie können wir jetzt wieder fast full live sein nach dem HP? Oh, es ist ja auch echt scheiße. Oh no. Oh no. Oh no. Na, GG-Game. Watch out, watch out, watch out, watch out! Ach, komm, Alter. Hm. Hm. Na, geil, Mann. Hey. Hä, wieso hat meine Autotech... Wieso hab ich nichts getan? Na, hör dich über 30p zu hier, dann wieder zurückzukicken? Oh, meine Fresse, what the fuck! Na, der gar nicht, re-roll. Alles klar, das... Das sieht mir noch, das sieht mir noch... Das sieht mir besser aus. Letit, was will ich mit irgendwelchen Runen, Junge? Oder mit fucking Crit-Shores? Ich will kein Bock... Kein Bock auf Crit-Pantheon, what the fuck, Junge? Die Bombe wird gleich so ballern. Fick. Hm, so gar nix ballern. Bro, ich darf mich nicht bewegen. Fünf Sekunden CC, Digger. Okay, Frismatic. Prowlers, wuhu. Okay, wie machen wir das? Gar nicht, ne? Das war ja das Blatt, have so many lives. Egal, ich kämpfe jetzt einfach ab. Der wird den nicht wiederholen. Okay, actually, ich bin not bad, wenn ich halt... kein Tank ist oder irgendwas, was mich direkt fackt. 45 Schaden gibt's jetzt. Okay, wir haben gegen ihn eine Chance. Ich muss nur mit One-Shotten. I guess. Ich baue sich ihre Alliance auf, Junge. Die andere Seite. Ja. Ich werde gar nicht einfach nur weggepokt. Das ist traurig. Du hast mich so bodenlos gehielt. Oh, süß. Wie ist der falsche? Aua, 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 Aua. Wollte falsch rum. Ich bin ja... Also, was ist das? Was soll ich tun? Okay, Big. One-Shot. Was soll ich tun? Haha, wir müssen nicht fighten. Das ist schon mal Big. Aber trotzdem, Junge. What the actual... Ja. Na, schade. Okay, okay. Wait a minute. Okay, okay. Wait a minute. Oh, ich habe nur noch Hoffnung, Junge. Okay, wir müssen wieder gegen die Victor spielen. Oh mein Gott, Daniel. Ich habe mittlerweile fünf Souls. Ist das nicht toll? Oh. Okay, okay. Okay. Final fight, Junge. Hab einen. Oh. Nein. Nein. Okay, okay, wait. Oh mein Gott. Blatt. Komm schon! Oh mein Gott. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh! Ups! Oh mein Gott, Junge! Oh mein Gott! Endlich! Oh mein Gott, endlich! Ich kann essen gehen! Ich hab die halbe Runde nicht aufgepasste Essen. Ich hab halt legit hier einfach gewonnen, schon irgendwann. Oh mein fucking Gott! Oh mein Gott! D Kem öhörr!